Du musst dein Gegenüber verstehen, wo liegt das Problem, was soll die Lösung dazu sein und dann gemeinsam mit dem Kunden irgendwie Hand in Hand den Weg finden, wie man zu dieser Lösung kommt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Taranayet Lenert. Ich arbeite im Marketing bei Axios Infoma und unterhalte mich heute mit Tim Köhnlechner über seinen Berufsstart, Fachkarriere und den Bereich der Individualentwicklung. Tim, ich freue mich, dass wir uns heute hier unterhalten können, wenn auch in diesem Rahmen, damit wir nicht mit Mundschutz uns gegenüber sitzen müssen, weil das ist irgendwie in einem Video immer nicht so schön. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Bin gespannt, was wir heute alles so besprechen werden. Ob ich so interessant genug bin für das Format, aber wird sich dann mal zeigen. Am besten fangen wir auch gerade so an. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Über mich? Also grundsätzlich kann ich da in Bezug aufs Arbeitsleben erzählen. Ich bin seit 2012 bei der Axios Infoma, damals noch nur Infoma. Ich habe da meinen Start ins Besuchsleben gewagt, mehr oder weniger, mit einem dualen Studium. Ich habe davor ein Jahr lang an der Uni studiert in Ulm. Bin so auch nach Ulm gekommen, in die schöne Stadt. Also bin ich sehr glücklich über die Wahl auf jeden Fall. Und Ulm ist eine tolle Stadt, toller Firmensitz. Ich habe aber relativ schnell zum Glück gemerkt, dass Wirtschaftsmathematik nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall war dann doch alles mehr Theosie und weniger Mathematik, wie man es noch aus dem Schulalltag gewohnt war. Und hatte dann das Glück, dass ich gemerkt habe, dass ein duales Studium vielleicht was für mich ist. Also durch Bekannte, die ich einfach hatte, dann gemeint haben, so bier es doch mal aus, schaust du mal an. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann ging es dann, einen Platz zu finden. Bin dann bei der Infoma gelandet oder habe die Infoma da gefunden ein Stück weit. Und konnte dann da anfangen. Und bin da seit 2012. Und ja, seither dort und auch schon immer in dem Bereich, wo ich auch jetzt noch tätig bin, bei der Individualexamilienung, beim Consulting. Dann gehen wir doch mal zu dem Thema, du bist in der Abteilung Individualentwicklung. So, was muss man sich denn darunter vorstellen, bitte? Das ist immer eine längere Geschichte, tatsächlich. Wir haben Zeit. Okay. Ich fange mal ganz vorne an. Also, was machen wir überhaupt? Wir haben ja eine Software, eine Standardsoftware, sagt man dazu auch. Das heißt, wir haben da einen Produkt, mit dem kann eigentlich unser Kundenkreis, unsere Zielgruppe, kann damit arbeiten erstmal, so grundsätzlich. Deswegen nennen wir das Ganze Standardsoftware. Da kann jeder was damit anfangen. Und ja, jetzt gibt es aber eben Leute wie auch mich, die möchten vielleicht was auf sich angepasst haben, damit man sich leichter tut. Vielleicht, wenn man spezielle Anforderungen hat, weil es eben genauso sein soll, wie man sich das vorstellt, weil man das Ganze vielleicht perfekt haben möchte. Also, wie man sich auch einen Maßanzug beim Schneider vielleicht machen lässt. So hat man dann was auf sich perfekt zugeschnittenes. Und das ist eben meistens was, was über diesen Standard hinausgeht oder zumindest auch über diesen Standard hinausgehen kann. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo die Individualbezugsamierung ins Spiel kommt. Das heißt, wenn wir eine Anforderung vom Kunden bekommen, die über den Standard hinausgeht, also er möchte jetzt irgendwas automatisiert haben, was aber nur für den jeweiligen Kunden spannend ist. Oder nochmals an dem Beispiel fest, er möchte jetzt auch seinen steuerbescheidenen QR-Code drauf haben, wo dann schon nochmal direkt zur Terminvereinbarung mit der Verwaltung weitergeleitet wird, wo dann vielleicht schon der Name und sowas vorausgefüllt ist, also so ein bisschen dynamisch. Deswegen gibt es uns, damit wir eben aber diese Sonderwünsche trotzdem erfüllen können, dass wir Ihnen dann die Anpassung maßschneidern können letzten Endes. Das ist das, was wir bei der Individualentwicklung machen. Das heißt aber, ihr macht Erweiterungen zu der Standardsoftware und gar keine Neuentwicklung von Modulen, sage ich mal. Das ist immer die Frage, wie groß diese Erweiterung aussieht. Also es kann sein, es ist was ganz Kleines, kann sein, das ist jetzt ein zusätzliches Bild irgendwo, wo bisher kein Bild vorgesehen war oder eine zusätzliche Spalte auf einer Rechnung, die eben nur diese eine Kunde braucht, weil er es halt schöner findet oder wieso auch immer. Das sind so die kleinen Dinge, aber es gibt auch wirklich große Anforderungen, so wirklich größere Tools, wo man dann wirklich was von Grund auf gemeinsam konzeptioniert und dann auch gemeinsam umsetzt. Das kann sein für einen Kunden, kann auch sein, da schließen sich vielleicht drei Kunden zusammen und man macht dann mit denen gemeinsam so eine Art Pilotprojekt, wo man dann erstmal nur für diese drei das umsetzt, weil nur die die Anforderungen haben und dann kann daraus natürlich auch was erwachsen. Kann dann auch spannend sein für andere, da muss man mal links und rechts schauen, was so geht. Aber an sich sind im Ganzen da keine Limits gesetzt. Im Hinblick auf die Digitalisierung, da werdet ihr ja wahrscheinlich schon immer noch ein Schrittchen weitergehen, als, ich sage jetzt mal, die Standardprodukte. Passiert es dann auch, dass ihr schon vor Jahren für einen Kunden irgendwas entwickelt habt, das dann irgendwann aufgegriffen wird vom ganzen Unternehmen und es dann in den Standard übernommen wird? So etwas kommt auch vor und ist auch schon in der Vergangenheit vorgekommen. Also tatsächlich, wenn wir dabei bleiben, als die Online-Zählerstandserfassung ist so etwas zum Beispiel, ist ganz interessant. Das war ein letztes Jahr als Student, das müsste dann 2015 gewesen sein. Da ging es genau mit so einem Projekt los. Man hat gesagt, man möchte eine Online-Zählerstandserfassung schaffen mit einem Webportal, wo man dann, also wo der Bürger dann letzten Endes seinen Zählerstand einträgt und dann wird es direkt ans ERP-System übertragen. Und das ist auch was, was, glaube ich, an der Infoma ein guter Punkt ist, weil da würde quasi einem Studenten die Chance gegeben, sich bei so einem Digitalisierungsprojekt, was ja schon ein wichtiges Thema ist, da einfach... Ja, und auch Bürgerservice total in den Mittelpunkt stellt. Genau, also hat ja Außenwirkung auch, was man da tut. Und da kriegt man bei der Infoma relativ früh die Chance, aus der Verantwortung zu übernehmen und da auch sich einbringen zu dürfen. Heute bist du ja auch für die komplette Kundenbetreuung der Individualentwicklung zuständig, richtig? Genau, da bin ich fachlich verantwortlich einfach dafür, dass unsere Kunden letzten Endes betreut werden, wie die Anfragen für Entwicklungen reingehen. Auch der Service, der so ein bisschen zu dem laufenden Betrieb dieser Individualanfragen zählt, dass da einfach immer Betreuung für die Kunden da ist. Jetzt hast du gerade gesagt, fachlicher Ansprechpartner. Du bist ja auch fachlicher Leiter deiner Abteilung. Das gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren bei der Axios Infoma, dass es so Fachkarrieren gibt. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Teamleiter und einem fachlichen Leiter? Genau, also die Fachkarriere gibt einem da einfach Chancen, sich weiterzuentwickeln. Fachkarriere fängt ja, glaube ich, an, dass man als Junior erst mal in der Regel einsteigt. Wenn man quasi frisch anfängt, das Produkt noch nicht so gut kennt und da erst mal seine ersten Schritte geht, hat dann die Chance, wenn man gewisse Voraussetzungen erfolgt, als Professional aufzusteigen. Dann geht es noch mal weiter, dann kann man Senior werden. Da gibt es ja noch weitere Iterationen, wie das Ganze weitergeht. Je nachdem, wie viel man eben erlebt, wie viel man tut. Also da geht es dann auch darum, dass man sich vielleicht mal mit Microsoft auseinandergesetzt hat, die ja hinter unserem Produkt ein Stück weit stehen, dass man vielleicht auch mal das Unternehmen in irgendeiner Art und Weise repräsentiert hat. Also ich dürfe zum Beispiel auch im Anwendertreffen mal einen Vortrag halten. Das ist dann auch eine Chance, die man da hat, die Firma ein Stück weit zu repräsentieren. Und so kann man da weiter vorgehen. Und dann gibt es eben diese fachliche Leitung für einen bestimmten Bereich, für ein bestimmtes Team. Da hat man im Prinzip die Aufgabe, diesen fachlichen Prozess zu definieren. Also wie wird in der Abteilung gearbeitet aus einer fachlichen Sicht? Also speziell bei der Individualentwicklung ist da eben dieser Prozess von der Anfrage, dass ein Kunde etwas individualisiert haben möchte, bis hin zur Auslieferung bzw. der Pflege und des Supports im Rahmen der Pflege. Also das ist so ein ganzer Lebenszyklus von der Anpassung, dass man sich diesem Prozess überlegt, wo ist wer zuständig und wie gestaltet man das möglichst effizient und so, dass es eben ohne Reibungen, sage ich mal, durchläuft. Aus meiner Sicht der ganz angenehme Teil bei der fachlichen Teamleitung ist es, dass man da noch keine Personalverantwortung hat. Das heißt, so etwas wie zitische Mitarbeitergespräche oder anderes muss ich nicht hören. Könnt ihr alle Anfragen, die ihr bekommt für Individualentwicklung tatsächlich umsetzen? Und was war die verrückte Anfrage, die ihr jemals bekommen habt? Okay, also ob wir alles umsetzen können. Bis jetzt haben wir, glaube ich, noch nichts gefunden, wo wir nicht auf einen gemeinsamen Konsens gekommen wären. Eigentlich geht es wirklich darum, sich gegenseitig zu verstehen, dass man am Schluss das gleiche Bild vor Augen hat. Und mit diesem Bild, das muss man eben schaffen, in Schriftform zu packen. Und so, dass es am besten auch noch der Psoxamierer, der es dann am Schluss psoxamiert, auch so sieht, dieses Bild, damit dann alles am Schluss zusammenfindet. Also bisher war es, glaube ich, wirklich so gut wie alles, was kam, sind wir am Schluss. Vielleicht war es nicht immer das, was initial reinkam. Aber ich glaube, die Lösung, die wir am Schluss gemeinsam gefunden haben, da haben wir bisher immer irgendwas gefunden. Das heißt, es ist auch ein gemeinsamer Prozess mit dem Kunden, dass der Kunde vielleicht auch mit einer Anfrage kommt, über deren ganzen Auswirkungen er sich am Anfang noch gar nicht so bewusst ist. Und dass man dann einen gemeinsamen Weg findet, was ist überhaupt umsetzbar und was braucht der Kunde wirklich. Ganz genau, perfekt. Kann ich bei euch anfangen. Jetzt hast du ja auch schon ein paar Jahre in dem Unternehmen miterlebt. Wie denkst du, wird sich das Unternehmensumfeld, aber auch dein Arbeitsplatz in der Zukunft gestalten? Also ich glaube mal, also der Alltag im Unternehmen wird sich, glaube ich, jetzt auch im Hinblick auf die aktuelle Situation ein Stück weit ändern. In dem Sinne, dass ich glaube, Vor-Ort-Termine werden abnehmen. Auch bei der Individualentwicklung haben wir ja die Chance, sich in einem Workshop nebeneinander zu setzen, auf den gleichen Bildschirm zu gucken und gemeinsam was zu konzeptionieren. Das ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit. Aber ob man das jetzt wirklich in Präsenz nebeneinander, Stuhl neben Stuhl machen muss, ich glaube, davon wird es weniger werden. Ich glaube nicht, dass es ganz verschwinden wird. Ich fände es persönlich auch schade, weil ich finde, es ist schon eine andere Bindung, die man hat, wenn man sich persönlich kennenlernt. Also das merkt man bei großen Projekten. Aber ich glaube, das wird nichtsdestotrotz weniger werden, weil es eben digital sehr gut geht. Und ich glaube, das wird uns allen am Tag die Arbeit einfacher machen. Das ist auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit eigentlich ein guter Schritt. Wobei man natürlich, wie du auch gesagt hast, immer die Balance finden muss zwischen persönlichen Kontakt, den man noch braucht und Dingen, die man eben auch aus dem Homeoffice oder online abdecken kann. Vielleicht kannst du uns kurz einen Überblick geben über einen typischen Arbeitsalltag. Also ein Tag im Leben des Tim Köhnlechner bei Axios Infoma. Okay, das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil eigentlich ist kein Tag wie der Tag davor. Man kommt morgens zur Arbeit, man hat seinen Kalender geplant, aber es kann immer sein, dass ein wichtiges Thema an diesem Tag noch aufpoppt, dass man sich noch kümmern muss. Das ist immer so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, was kommt, aber man sieht auch selten das Gleiche zweimal. Man fängt hier morgens an, man hat seine Termine, die da letzten Endes anstehen, zum Beispiel regelmäßige Termine sind, dass wir solche Scrum-Meetings haben, wo wir uns täglich einfach abstimmen, was bei jedem gerade los ist, dass man einfach auf dem Stand ist, was beschäftigt die Kollegen, wo sind die gerade dran und da holt man sich dann auch ein Stück weit Input. Vielleicht wird ein Ansprechpartner am Unternehmen gesucht. Da kann man auch vermitteln, weil bei der Individualentwicklung ist es auch so, man ist nicht nur in einem Bereich fokussiert, das spielt ja auch so ein bisschen rein. Man hat nicht nur den Bereich, also es sind auch große Bereiche, man hat nicht nur den Bereich Steuern, PIBU, LUGM und was es da eben alles gibt in der Software, sondern hat da quasi immer den Rundumschlag, dass man jeglichen Bereich anpassen darf. Und da man nicht für alles Spezialist sein kann, ist man da sehr viel mit den Kollegen aus dem PM, aus dem Consulting, aber auch aus der Entwicklung beispielsweise dazu gegangen. Ist da vielleicht auch unsere, ich sage mal, Unternehmenskultur hilfreich? Ja, also es ist ein ganz großer Punkt bei der Axel aus dem Proma, glaube ich, dass es ein ganz starkes Miteinander hier einfach gibt. Also es ist eine Riesenhilfsbereitschaft. Also wir kriegen es, glaube ich, deswegen mit, weil wir ganz viel mit anderen Kollegen zu tun haben, aus genau dem Grund, weil wir viel Input brauchen, weil wir nicht für alles Experte sein können müssen. Und wir sind noch nie abgewiesen worden von Kollegen, die sicherlich auch ihrer Arbeit nachgehen müssen und auch stellenweise unter Strom stehen. Und trotzdem wird man niemals abgewiesen. Es gibt immer diese Miteinanderkultur und immer diese Hilfskultur auch, dass einem immer weiter geholfen wird. Was wünschst du dem Unternehmen für die Zukunft? Also ich wünsche mir, dass diese Kultur des Miteinanders, dass die einfach erhalten bleibt, auch wenn das Unternehmen, glaube ich, wächst. Also man bewegt sich ja auch auf verschiedenen Märkten, die immer größer werden, wo auch die Marktanteile immer größer werden. Was dazu führt, denke ich, dass das Unternehmen auch immer größer wird. Ich hoffe einfach, dass diese Einstellung, dass man sich kennt, dass man sich gegenseitig hilft, dass das dem Unternehmen erhalten bleibt. Und ansonsten hoffe ich, dass die Digitalisierung für das Unternehmen nochmal ein guter Schub für die Zukunft nach vorne wird. Im Sinne von, nicht nur, dass wir unseren Kunden dabei helfen, möglichst gute digitale Lösungen auf den Weg zu bringen, sondern auch für uns als Unternehmen, dass wir selber digitale Prozesse weiterleben und auch weiterentwickeln. Dann gibt es diesen Servicebesicht, glaube ich, auch ein ganz neues Thema, dass der nicht mehr zwingend auf Papier kommt, sondern jetzt auch digital reinflattert. Das ist auch eine große Arbeitserleichterung für uns, aber ich glaube auch ein Stück weit für den Kunden vielleicht einfacher, weil wenn es dann mal gedauert hat, bis der kam, jetzt kommt er quasi direkt im Anschluss automatisch ins Postfach. Ich glaube, damit ist allen geholfen. Sehr schön, Tim. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, gerne wieder. Ja.